Ähm, KuchenTV hat mal wieder auf mich reagiert, ähm, 17 Minuten lang ist seine Reaction, also hat er doch einiges dazu gesagt, es geht um das Video zu OxCut, vor einem Tag hochgeladen auf seinem Reaction-Kanal, schauen wir rein. Jo meine Freunde, was geht jetzt, wir kommen hier zurück zu CakeTV Uncut, wir reagieren heute auf Elm und H-Creators, alle Meinesblogger wurden exposed, ich hab ja auch schon ein Video dazu gemacht, aber wir gucken nochmal, was unser Lieblings-Neuer Meinesblogger sagt. Und zwar von OxCut. Ich bin unser Lieblings-Neuer-Meinungsblogger, habt ihr das gehört? Der hat nämlich vor kurzem das Video gemacht, die dunkle Wahrheit hinter Meinesbloggern. Alter, bin ja ich. Und da ich mich mittlerweile ja auch zu den Meinesbloggern zähle, hab ich mich dadurch sehr stark angegriffen gefühlt und muss mich jetzt aufgrund der Anschuldigungen verteidigen. Also, er fängt sein Video damit an, dass er erstmal erzählt, dass er in Antigua ist, wo er Urlaub macht und es ihm auch sehr viel besser geht und so weiter, was ja auch erstmal vollkommen in Ordnung ist. Er stellt sein Content jetzt auf Travel um und macht keine Meinungsblogs mehr. Allerdings fängt er an und möchte halt auch mit Travel-Blogs das gleiche verdienen und sich von seiner Community die Reise bezahlen lassen. Er hat dann an, die dunkle Wahrheit hinter Meinesbloggern aufzuzählen. Digga, wie kann das eigentlich sein, dass solche Leute wie OxCut und so irgendwie, keine Ahnung, unendlich Geld haben, dass die einfach mal so über Monate durch die ganze Welt reisen, so ein paar Videos machen mit 3000 Klicks und das anscheinend davon finanzieren? Nein, ich glaube, ihn regt das richtig auf, dass er es davon nicht finanzieren kann. Ich glaube, vielleicht hat er ein bisschen Erspartes, aber ich schätze, ihn ärgert es, dass er es nicht davon finanzieren kann. Ich glaube, der hätte das richtig gerne und ist richtig enttäuscht, dass er das doch nicht hinkriegt. Ja, ich blick das irgendwie nicht. Ich reiß irgendwie nie. Super, Sire. Auf die wir ja gelartet haben. Dankeschön für den T1-Sub. Und ich sag mal so, ab jetzt wird es wild. Und so habe ich ja eine lange Zeit so Meinungsideos gemacht. Und ich muss sagen, die waren am Anfang cool zu machen, weil das... Ich schaue jedes Mal auf meinen Monitor bei diesem Discord-Sound-Alert, aber das ist sein Sound-Alert, äh, sein Sound-Effekt, oder? ...eine lange Zeit so Meinungsideos gemacht. Und ich muss sagen, die waren am Anfang cool... Der nutzt diesen Discord-Sound. Das ist ja komplett verwirrend. ...cool zu machen, weil das ist einfacher Content. Das heißt, du stellst deine Kamera auf, du beschäftigst dich mit einem skandalösen, aktiven, trendigen Thema. Zum Beispiel ein Sina-Thema, so. Ihr wisst ja, was da passiert ist. Aber an Scripts muss man sich doch schon genau halten, relativ. Oder an Stichpunkte, an Argumente und so weiter. So einfach ist es auch wieder nicht. Ich schätze mal so... So Unboxing-TikToks sind einfacher zu machen. Und da stürzen sich alle Meinungsblogger drauf. Und es ist eigentlich fast schon garantiert, dass du viel mehr Klicks kriegst, als zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video poste und das heißt dann, ja, ich bin gerade hier mit meinem Hund spazieren. Und das ist halt vollkommen logisch. Wenn man irgendwas generisch Langweiliges in den Titel schreibt, wird das natürlich nicht so arg viele Klicks bekommen. Es geht ja eigentlich nur darum, für die Zuschauer irgendeine Form von Mehrwert zu erzeugen. Und das kann ich halt einerseits tun, indem ich jetzt sagen würde, fünf Tricks für Hundebesitzer oder eben einen Meinungsblog mache in... Hundebesitzer greift Passant an. Heftig was passiert. Polizei wurde... Ja, okay. Kuchen kennt den Clickbait noch besser als ich. Kuchen kennt den Clickbait noch besser als ich. Oh, in Ordnung, in Ordnung. Ich wollte es extra nicht... Ich wollte es extra nicht übertreiben, aber Kuchen... Kuchen, da kennt man mal wieder diese klickgeilen Meinungsblogger. Ganz, ganz böse. Reiseblogs sind schon aufwendiger. Ja, ganz krass aufwendig. Du reist, machst dir eine schöne Zeit und firmst ein bisschen mit. Viel, viel aufwendiger. Wurde gerufen. Vlog. Dem ich meine Meinung zu irgendwelchen Themen abgib. Denn sowohl das Argumentieren als auch das politische Denken kann euch im Leben potenziell weiterbringen. Und letzten Endes, selbst wenn es das nicht tut, scheinen es manche unterhaltsam zu finden. Und Musik, Bücher oder Filme wird da doch jetzt auch niemand verteufeln, nur weil da jetzt keine krasse Message drin ist vielleicht manchmal. Also, wer ist OXCAD, dass er sagen kann, die Klicks, die man auf Meinungsblogs macht, die sind weniger wert, wenn es die Leute doch sehen wollen. Da ist doch erstmal nichts verwerflich dran. Social Media ist eben so, wenn du dich konstant durchziehst, dann gehen die Klicks weg. Merke ich das jetzt? Das konstant durchziehen ist halt auch so ein Ding. Ich meine, das musst du doch bei Reiseblogs dann genauso machen. Was ist denn das für ein Argument? Also, wenn ihm Meinungsblogs nichts mehr geben und er lieber Reise-Content machen möchte, ist das doch vollkommen okay. Aber, dass die Klicks nach unten gehen, ist doch ganz klar. Das ist kein Anzeichen eines Problems. Wenn es die Leute nicht interessiert, dann... Ich muss mal ganz kurz, mein einiges Video von über Luke Mockridge kann nicht mehr monetarisiert werden, weil die einen komischen Podcast da gesaved haben. Und deswegen muss ich jetzt kurz mal den Dings eingeben. Hier handelt es sich um das Zitatrecht. Ich habe lediglich kleinere Ausschnitte aus dem Podcast-Video. Das Zitatrecht ist anscheinend manchen nicht wirklich bekannt, habe ich das Gefühl. Das Zitatrecht ist echt so ein unterschätztes Ding. Ich glaube, viele kennen das einfach gar nicht. Genommen. Und diese mit meiner eigenen Meinung kommentiert. So, mal gucken, was dabei rumkommt. Da bin ich mal gespannt. Interessiert ist die Leute halt nicht. Und Debatten, wie Kuchen einfach was ganz anderes macht, ja, aber er muss ja gerade kurz den Einspruch einlegen, sind nicht sinnlos. Die gab es schon immer und gerade in einem politischen Bereich ist das natürlich nochmal relevanter. Aber auch in unserem YouTube-Bereich lernt man doch einfach zu argumentieren, über Dinge kritisch nachzudenken und so weiter. Und es kann ja sein, dass er das nicht möchte, dass das nicht seine Art von Content auf YouTube ist. Aber er kann doch nicht von seinen Zuschauern verlangen, die ihn damals für Meinungsblogs abonniert haben, dass sie jetzt auf einmal seine Reise-Videos anschauen und sich dafür viel mehr interessieren. Ja, das ist ja echt. Du musst halt, also ich meine, es ist ja nichts verwerflich daran, dass deine Community schon eine bestimmte Richtung halt hat. Die meisten Leute schauen sich nicht komplett quer gemischt YouTube-Content an. Ich schätze mal, ihr würdet euch jetzt nicht so Kosmetik-Unboxings, wenn ich die jetzt hochladen würde, würdet ihr da nicht so krass draufklicken, schätze ich mal im Durchschnitt. Also logischerweise, wenn du halt anfängst mit YouTube, du baust dir irgendeine Community auf, die wollen ja in den meisten Fällen halt auch das sehen. Der Kara, danke für den Prime-Sub, ne? Ich denke 99% aller YouTuber, wenn die ihren Content ändern, werden die halt einen Teil ihrer Zuschauerschaft verlieren, ne? Vor allem ist das ja auch ein riesiges... Man kann ja aber auch wieder eine neue Zuschauerschaft bekommen, so ist es nicht, es dauert nur. Riesenunterschied, ob du Minus-Blocks machst oder ob du Reise-Videos hochlädst, so, ne? Die vielleicht für viele sowieso nicht so unterhaltsam sind. Ich hab jetzt ehrlich gesagt auch noch kein Reise-Video von OxCut gesehen. Aber ich hab auch nicht das Gefühl, dass OxCut so der krass lustige, unterhaltsame Typ ist. Ich kann mal sagen, dass das qualitativ wahrscheinlich jetzt nicht eine 10 von 10 oder so. Äh, hallo, ich bin der Neue. Hallo der Neue, was geht, was geht schon, dass du reinschaust? Sowas ist. Und, ähm, ja, es ist normal, dass die Klicks da einfach runtergehen, ne? Leute schauen gerne eine Sparte von YouTube. Und wenn er das nicht mehr bedienen kann, dann werden seine Klicks nach unten gehen. Und das ist dann nicht die Schuld des Zuschauers. Weil im Endeffekt redest du über einen Menschen. Warum schaut ihr David Brecht? Das ist ja mal viel zu gut. So, und dieser Mensch ist vielleicht im echten Leben ein guter Mensch oder hat gute Absichten. Weil ich weiß, wie sich Menschen fühlen, wenn sie im Internet gehetet werden. Das ist für Menschen psychisch extrem hart. Vor allem, wenn sie nicht in dieser Szene stattfinden. Guck mal, ein Kahn zum Beispiel macht unnormal viele Klicks mit solchen Themen und macht damit auch Geld. Während Privatpersonen, über die er redet oder in das schlechte Licht rückt, eben nicht so ist. Wisst ihr, was ich meine? Und hier vergisst ihr einfach komplett zu differenzieren. Denn Leute, die mit einer riesen Reichweite gegen Privatpersonen gehen und die wirklich mobben, bis die sich vielleicht etwas antun, sind absolut ekelhaft, aber gehören auch nicht zu unserer Meinungsblogger-Szene. Was Kani Abi gemacht hat, war, soweit ich weiß, Ja, das ist halt vor allem, der ist doch auch kein Meinungsblogger, oder? Nee, der ist ein ziemlich komischer Typ. Also, das waren theoretisch gesehen irgendwie so Meinungsblogs, aber eigentlich waren es eher so Hass-Videos, könnte man sagen. Das kann man schon nicht so krass in einen Topfler. Ich weiß, ehrlicherweise weiß ich nicht mal, was der für ein Content macht, weil ich den halt auch überhaupt nicht verfolge. Aber der ist ja kein Meinungsblogger in dem Sinne, würde ich auf jeden Fall sagen. Das Video ist gegen seine Ex-Freundin gemacht und die darin ziemlich fertig gemacht. Sowas würden Leute wie ein Alpaka-Kevin, ein Kützer oder ein Konditorei-Fernsehen niemals machen. Sowas gehört sich natürlich nicht, aber sowas macht eben auch kein anständiger Meinungsblogger. Guck mal, jeder Meinungsblogger weiß, was gut ankommt. Zum Beispiel ein Kuchen-TV, der macht ein Video über Schöyoka. Oder ich. Aber ich habe ja auch noch 8 Slots frei, laut Baba Bartonek. Der weiß, alle hassen die, es ist einfach, ich mache ein Video, ich kriege meine Likes, ich kriege meine Anerkennung, alle sagen, boah, wie blöd die ist, die Frau. Und dann kriegt er seine Klicks. Ich habe das gar nicht mitverfolgt. Ich weiß gar nicht, wer die Frau wirklich... Ein Kützer? Ja. So, und das heißt dann, dass diese Leute weitermachen, weitermachen, weitermachen und die Kuh richtig auspressen. Excuse me, hast du Schöyoka gerade wirklich mit einer Kuh gleichgesetzt? Das ist entmenschlichend. Aber mal im Ernst, Schöyoka ist hierfür wirklich das ungeeignetste Beispiel. Sie äußert sich monatelang nicht und sagt dann plötzlich wieder sowas. Um das vielleicht... Äh, warum sagt man eigentlich immer verfolgen und nicht einfach folgen? Es klingt nach Stalking. Ähm... Pfff... Pfff... Ähm... Es ist eine gute Frage. Es ist eine philosophische Frage, glaube ich. Genau das soll es auch. Ich sage immer, folgt mir, aber bitte nicht auf der Straße. ...zuordnen, für die Leute, die nicht wissen, wer Imp ist. Imp hatte unter anderem ein Format mit einem Neonazi. Also diese Person scheint es wirklich zu genießen, zerstört zu werden. Anders kann man sich das schon fast nicht mehr erklären. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, so funktioniert anscheinend die Szene. Ja. Also ich meine, per se hat Oxcart natürlich recht, ne? Bei Themen, die natürlich besser laufen, werden grundsätzlich, wenn man denn die Möglichkeit dazu hat, natürlich mehr Videos erstellt, ne? Aber man muss halt auch mal überlegen, wenn es mehr Klicks bekommt, interessiert es doch auch mehr Leute, was am Ende auch gut für die Zuschauer ist. Da ist ja auch nichts schlimm dran, oder? Wenn ich jetzt gesehen hätte, okay, die Shoyoka-Videos kriegen die ganze Zeit gar keine Aufrufe, niemand guckt die, niemand feiert die, dann hätte ich wahrscheinlich schon weniger Videos gemacht. Ist ja auch klar, weil ich... Klar bringt doch der Community auch nichts. Also was hast du denn davon? Videos, die niemanden interessieren? Bin ja auch darauf angewiesen, dass ich halt eine bestimmte Klickzahl irgendwie auch erreiche. Ich muss ja irgendwie auch mein Geld machen, logischerweise. Ist ja klar. So, aber es ist halt schwierig, immer so ein Beispiel zu nennen, weil Shoyoka hat natürlich auch gleichzeitig sehr viel dafür getan, dass sie eben auch so viele Videos abbekommen hat, ne? Oder ich sag mal, das ganze Thema ist halt einfach sehr aufgeblasen, ne? Wenn man mal überlegt, dass, keine Ahnung, Leute in, dass irgendwelche Journalisten super schlechte Beiträge dazu posten, andere YouTuber irgendwelche Lügen verbreiten und so. Also natürlich kommt dann dazu auch dementsprechend viel Content, weil das Thema auch einfach so groß gewesen ist, ne? Du musst einfach nur das nachplappern, was die Mainstream-Leute hören wollen. Und das ist sehr traurig, weil für mich war YouTube immer Leidenschaft. Mainstream ist so ein Quatsch. KuchenTV war früher Anti-Mainstream, mittlerweile ist Kuchen sein eigener Mainstream geworden, zum Beispiel das. Also ich meine, Kuchen war doch früher so voll krass Anti-Mainstream. Aber heute ist ja das, was KuchenTV sagt, schon fast automatisch der Mainstream geworden. Also bei einigen meiner Videos war es mir im Vorhinein wirklich schon klar, dass die nicht so besonders gut ankommen werden. Zum Beispiel das zum Video von Robbubble. Sein Video war super bewertet, also werde ich wahrscheinlich einige Dislikes kriegen, wenn ich das Video kritisiere. Einige haben das auch getan und es hat auch einige Negativ... Stimmt. Wir sollten nicht vergessen, dass KuchenTV eine Pipeline nach rechts ist. Ich meine, ihr müsst euch mal anschauen. Polytopia war früher ein Linker. Dann hat er Videos gegen KuchenTV gemacht, bewiesen, dass er eine Pipeline nach rechts ist, indem er ganz viele Videos von ihm angeschaut hat. Und schon hat er sich nicht glatt rasiert und ist mittlerweile rechter geworden. Also in den Augen vieler. ...die Kommentare gegeben. Andererseits hat es einigen gefallen, dass ich eben eine andere Meinung dazu wiedergebe und eben dem Video nicht blind zustimme, sondern meine Meinung dazu abgebe. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist nur bei mir so. Aber zum Beispiel Videos zu der Thematik zwischen Leon Machère und Stay. Ich meine, Leon Machère wird überall gehasst. Man müsste doch denken, diese Videos sind richtig schlecht angekommen. Und ja, die haben von einigen Stay-Fans Dislikes bekommen, weil man eben Stay angegriffen hat. Aber die Videos kamen jetzt trotzdem nicht super schlecht an, nur weil man eine Anti-Mainstream-Mining abgeben hat. Ich muss sagen, ich habe ja mit einigen... Ja, safe. Das ist eigentlich echt ein gutes Beispiel. Das habe ich in meinem Alkuchen-Video gar nicht drin gehabt, ne? Aber ich habe ja auch... Ey. Ey, Kuchen ist weniger ein Fan von sich selber als ich von ihm. Okay, das wäre auch weird. Dann, okay, nein, ich möchte jetzt nicht... Das hat Oxcat schon gemacht, anderen unterstellen, dass sie Narzissten sind. Nein. Aber Kuchen kennst deine eigene Videos schlechter als ich. Das schon ein Lob. Ein kritisches Video über Stay gemacht, weil der Leon Machère einfach, ja, wirklich sehr weird gefrontet hat. Er hat ja gar keinen Respekt davor, dass Leon Machère wirklich dann noch Arbeit in seine Videos gesteckt hat und so. Und da stimme ich hinzu. Also du musst halt nicht zwangsweise eine Mainstream-Meinung haben, ne? Natürlich stehen dann vielleicht ein paar Leute mehr hinter dir. Aber man merkt halt schon, dass man auch, wenn man gut argumentiert, auch durchaus eine Meinung haben kann, die vielleicht erst mal etwas kritischer wirkt, ne? Ich glaube, viele Leute mögen halt Leon Machère nicht, aber ich glaube, wenn man denen das... Kuchen schaut nicht seine Videos, soweit ich weiß. Glaube ich auch. ...wirklich dann argumentativ erklärt, dass auch er ein Recht darauf hat, dass sein Content geschützt ist und man 48 Stunden wartet, dann haben das halt sehr viele meiner Zuschauer auf jeden Fall halt nachvollziehen können, ne? Also ich glaube, es ist eher wichtiger, wie man etwas argumentiert, ne? Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Meinung an, ne? Also ich denke, es gibt wahrscheinlich so einige Themen, die halt, die schon schwieriger sind zu verteidigen, ne? Aber... YouTube hat schon gesagt... Stimmt, ich habe sogar mal Zemax verteidigt, als die ihn gedoxt haben und so. Und da haben auch mir alle Leute zugestimmt. Da hat sogar Revi drauf reagiert gerade. Aber die Meinungsblogger... So klickgeil ist der auch nicht. Ja, ich lasse immer auf all meinen Geräten so all meine Videos die ganze Zeit in Dauerschleife laufen. Hello there, Polaria, was geht? Schön, dass du reinschaust. Waren mit Abstand diejenigen, die am meisten auf Klicks geguckt haben, am meisten auf Likes, am meisten auf Anerkennung und dieses ganze Zahlentechnische. Meiner Meinung nach, die meisten von denen, mit denen ich Kontakt hatte, waren meiner Meinung nach komplette Narzissten. Die waren so überzeugt von sich, dass ich meistens bei den Telefonaten oder Schreibereien gemerkt habe, ich, 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 die reden nur von sich selber. Ja, jetzt erklärt uns der Typ, der sich vorhin darüber beschwert hat, dass seine Videos jetzt weniger Klicks machen und der ganz anders ist als diese ganzen Narzissten. Warum die Meinungsblogger zu viel das Wort ich verwenden. Schauen wir doch mal, ob er das auch ein zweimal getan hat. Bin ich gerade, bin einfach, sich jetzt, ach, sag ich mal, mach ich, mach jetzt, weil ich, hab ich mir vorgenommen, wollte ich, merke ich, dachte mir, euch, die bin ich jetzt hier, sich einfach mal so, wenn ich jetzt, ja, ich bin, das erlebe ich, ich hab mal, und ich muss sagen, ich, dass ich, ich, ich bin auch, ich hab, ich hab, die, ich, mich, die, aber ich hab, auch, das hab ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich, ich hab, noch nie, werd ich, so, ich mach's, ich, ich, versuch. Das kann man wirklich keinem erzählen. Ich dachte schon, ich hätte es zu lang reingeschnitten, aber Kuchen hat erst gegen einen da angefangen zu lachen. Ja, geil. Feier ich. Ja, der, der Vergleich hängt schon, der Vergleich hängt schon ziemlich, aber es ist irgendwo halt schon lustig, ne? Ich mein, klar, dass er, äh, ich mein, da geht's ja wirklich darum, wenn man jetzt privat sich mit Leuten auseinandersetzt, dass es nur darum geht, irgendwie sie's... Rianniko, come on. Come on, Rianniko. Er hat gesagt, die reden zu viel von sich. Er hat, oder sagen zu oft ich. Selber als Person. Er hat, er hat konkret gesagt, die sagen die ganze Zeit nur ich. Ich hab mal gezeigt, dass man halt unabhängig davon, über was man spricht. Selbst wenn man nicht von sich selber spricht, benutzt man das Wort ich die ganze Zeit. Also, man muss nicht von sich selber sprechen, um dauerhaft ich zu sagen. Das ist in der deutschen Sprache normal. So und so weiter zu pushen, ne? Dass, ähm, er natürlich halt auch sehr oft, das ist ja sein Video einfach, ne? Also öffentlich ist es natürlich nochmal was anderes. Aber lustig zusammengeschnitten, das ist halt trotzdem. ...Zählen. Oxcut, der Typ, der viel cooler ist als die ganzen Narzissten, erklärt uns in einem 16-Minuten-Video, dass andere zu... Ich finde schon, ne? ...dass es ein schlechter Vergleich ist oder dass, dass man das nicht so oft benutzt. Oder was meinst du jetzt? Oft ich sagen. Und in diesem Video benutzt er das Wort ich nur so circa 3000 Mal. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß nicht, wie meine Geschlechtsidentität heute war. Also Leute, sagen mir das auch. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, also wie gesagt, ich hab ja auch mein Video dazu gemacht. Also ich find's halt immer noch weird, beziehungsweise mich würde halt immer noch interessieren, was für... ...mit was für Meinungsbloggern er überhaupt zu tun hatte. Also ich hab ja mal rumgefragt, ne? Also weder mit mir, noch mit Kaiser, noch mit Alpha Kevin, äh, noch mit Justin Nero, mit Saschka wahrscheinlich nicht, mit Alicia Joe nicht. Also wer bleibt denn da noch? Also ich glaube, die... Vielleicht diese Bubble um ABK, das kann ja tatsächlich sein, aber das wären ja nicht die Meinungsblogger. Die einzigen Personen, mit denen er geredet hat, waren wahrscheinlich Ahmad und, ähm, und, äh, hier, wie heißt der, äh, Tobias Hoch. Und das war's. So, und, äh, ja, oder von mir ist auch T-Tag oder so, ne? Oder irgendwelche Leute, die jetzt keine große Reichweite haben. Ich find das aber krass, dass er mit niemandem aus der Szene Kontakt hatte, sich dann aber einfach rausnimmt, so ne Meinung zu vertreten. Ja, das sind alles irgendwelche Narzissten, das ist die schlimmste Szene von allen. Bruder, du warst nie in der Szene, Alter. Das ist so, als wenn ich jetzt so mit einem Fußballer aus der Regionalliga gesprochen habe und sage, er hat ja diese ganzen, diese ganzen Fußballer in der Bundesliga und so, die sind so... Boah, cool, der war so ein Narzisst. Merkt ihr, wie er sich selber gerade pusht? Boah, so ein Narzisst. Ultra arrogant und selbstüberzeugt, widerliche Leute. Ich will eigentlich was anderes machen, aber die machen nix anderes. Warum? Weil die damit Klicks machen. Weil sich die Leute, es klingt hart und da nehm ich mich nicht aus, die Leute interessieren sich für Fitna, nicht für dich als Creator. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber den Abbau von Personenhype finde ich eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Früher hat man vielleicht einfach unkritisch einem ApoRed zugeschaut. Bis dann eben ein... Ich glaube halt wirklich, dass er einfach nur selber Personenhype wollte. Ich glaube, ich glaube es wirklich. Wenn Mimi aufgezeigt hat, wie falsch diese Person ist, wie er Leute gescammt hat, Leute abgezogen hat oder zum Beispiel eine Frau belästigt hat. Und daran ist doch eigentlich wirklich nichts schlecht. Eine Person kritisch zu hinterfragen, es sollte doch immer besser sein, als ihr blind einfach hinterher zu rennen. Kuchen, 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 Kuchen. Selbst wenn. Guck doch mal hin. Oder zum Beispiel eine Frau. Guck doch mal hin. Es kann per Definition keine sexuelle Belästigung sein. Du kannst machen, was du willst. Das ist per Definition keine sexuelle Belästigung. Es sollte doch immer besser sein, als ihr blind einfach hinterher zu rennen. Für mich persönlich wirkt das so, als würde er einfach gerne mehr Personenhype haben. Also, dass ihm alle einfach folgen, egal was er macht, seine Videos anschauen und so weiter. Kann ich ihm jetzt natürlich nicht unterstellen, aber nach allem, was ich gesehen habe, ist das der Eindruck, den ich gewonnen habe. Vielen Leuten, mit denen ich marsche. Ja, wirkt auf jeden Fall so, oder? Also gerade, wenn man mal guckt, ich glaube, seine Klicks sind auf jeden Fall auch gut gesunken, seitdem er keine Meinungsblocks mehr macht, was ja auch klar ist. Kann halt sein, dass er da auch einfach so ein bisschen... Aber auch in seinen Meinungsblocks hat er teilweise schon etwas weirde Meinungen vertreten. Die Sache mit Tobias Huch war ja auch super seltsam. ...dauer ist oder sowas, dass er sich auch so denkt, so, ey, eigentlich... Eigentlich hätte ich gerne weiter mit diesen Meinungsblocks gemacht, wobei ich gucke gerade mal. Ja gut, er hat in den letzten Monaten schon generell sehr, sehr wenig Videos hochgeladen, auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass das halt so ein bisschen vielleicht auch dieser Neid ist. Ich finde dieses Argument selber eigentlich extrem dumm, weil ich das früher immer selber kritisiert... Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Danke für den Like. Aber er sagt... Like, follow. Ja, auch, ja, man wird nur für die Themen gefeiert und so. Also ganz ehrlich, warum hat da nicht jeder Meinungsblogger eine Million Abonnenten? Warum gibt es viele Meinungsblogger, die eine kleine Reichweite haben? Es kommt ja auch noch immer drauf an, wie dein Schnittstil und alles ist. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Sub von Rainer-K? Rainer K, danke für deinen Sub. Sprechen ist nicht heute meine Stärke. So, es kommt doch trotzdem immer noch darauf an, dass du die Videos auch wirklich unterhaltsam machst, sodass die Leute auch immer noch Spaß haben, die zu gucken. So, einfach nur die richtigen Themen zu sprechen reicht halt nicht. Du musst halt auch unterhaltsam sein. So, und OxCut war halt immer so, ja, dem fehlt so dieses Alleinstellungsmerkmal. So, ne, mag sein, dass der ein paar Videos hat, die halt ein bisschen mehr Klicks bekommen haben. Natürlich ist es als Meinungsblogger per se einfacher. So, auch ein schlechtes Video über Shoyoka oder so wird halt gute Aufrufzahlen haben. So, ne, zumindest am Anfang. So, ich denke mal, das ist halt klar. Aber wenn es halt so einfach ist, dann müsstest du es ja auch locker easy schaffen, damit erfolgreich. Übrigens, Kuchen hat deine Cam und Videoqualität gelobt. Ach so, wann hat er das gemacht? Okay, krass. Wann war das? Okay. Wild. Zu werden und genau das ist ja einfach nicht passiert. Schlecht war oder so, mit dem bin ich auch mittlerweile gut. Ich mag die meisten Leute. So, außer Tobias Huch. Der bleibt für mich eklig. Also allein seine Haltung und so. Ich will mit so einem Menschen komplett gar nichts mehr zu tun haben. Die anderen Leute, da könnte man noch so drüber reden, ob man da... Okay, cool. Du verurteilst also Meinungsblocks, weil die Person sich ja persönlich angegriffen fühlen könnte. Und gleichzeitig findest du aber es für einen 16-Jährigen. Ist denn die Kamera anders, wenn ich älter werde? Wird die besser mit der Zeit? Altert die so mit und wird immer besser? Also ich glaube eigentlich nicht. Es ist legitim, Tobias Huch ekelhaft zu nennen. Vor allem sagt er, ja wir Meinungsblogger sind alle narzisstisch, komplett ich bezogen. Wir machen andere fertig, bis die sich irgendwas antun. Und dann sagt er, ja also Tobias Huch mag ich gar nicht, aber bei den anderen könnte man nochmal drüber reden. Hä? Wie man kann drüber reden? Ich denke, wir sind alles Narzissten. Jetzt auf einmal dann doch wieder nicht oder was? Da will er sich dann doch noch die Tür offen halten. So, ja vielleicht kann man ja nochmal Kontakt mit denen aufbauen. Obwohl du doch auch nicht wissen kannst, ob die Person vielleicht privat ein guter Mensch ist. Ist schon ein bisschen komisch so. Also ja, ihr hattet privat ein bisschen Kontakt. Aber du kannst doch trotzdem nicht bewerten, ob er jetzt eine gute oder eine schlechte Person ist. Und im Zweifel sollte man nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch mal ekelhaft ist, bis man das Gegenteil bewiesen hat, oder? Die wächst mit. Ja, aber gut, mit diesem Objektiv. Ich habe jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, dass, also wenn ich es so mal anschaue im Meinungsblogger-Bereich, die meisten sind nicht so krass drin, was Equipment angeht. Also ich glaube, mit der Kamera und dem Objektiv ist man von der Qualität her erstmal noch eine Weile gut mit dabei. Also habe ich das Gefühl. Also ich glaube, da braucht man erstmal keinen Upgrade mehr. Das ist eine Plattform, die vor allem durch Spaß... Ähm, warte, ich wollte hierzu gerade irgendwas sagen. Achso, ja, dieses, die Meinungsblogger sind alle Narzissten und so weiter. Ist halt auch immer so ein Ding. Die sind alle Narzissten und nicht so cool wie ich. Das klingt ein bisschen so wie etwas, was ein Narzisst sagen könnte, oder? Und Unterhaltung groß geworden ist. Und nicht durch Gehässigkeit und schlechte Themen und nur Bad News. Ich weiß, du sitzt auch da gerade und reibst dir deine Hände. Was ist das nächste große Thema? Wer baut jetzt Scheiße, dass ich da drauf kann? Zugegeben, ich fühle mich etwas ertappt, aber man muss letztlich sagen, das Video von... Jetzt kommt ein Sound-Alert rein. Dafür hast du jetzt tausend Kanalpunkte ausgegeben. So, ich mach die jetzt, ich mach's mal wieder leise für die YouTube-Reaction. Ein OxCut ist auch nichts anderes als ein Meinungsblog. Es heißt die dunkle Wahrheit über Meinungsblogger, was auch ein extrem reißerischer Titel ist. Und er wollte damit ganz offensichtlich auch Klicks machen. Es wirkt einfach so, als wollte man sich über andere stellen und seinen eigenen Content damit pushen. Vielleicht, weil man unzufrieden ist, dass andere mehr Klicks machen. Und seine Argumentation hat einfach an so vielen Stellen gar keinen Sinn ergeben. Abschließend sagt er noch das hier. Guck nicht nur auf Klicks. Guck nicht nur auf Likes. Guck nicht nur auf Anerkennung. Guck nicht nur darauf, dass Leute dich beklatschen. Und da ich ja so ein ekelhafter Meinungsblogger bin, der nur auf die Zahlen schaut, bitte ich euch das alle mal zu machen. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, wie gesagt, ich finde das Ende von seinem Video auch halt sehr, sehr komisch. Also warum sollten wir, also er hat ja auch in dem Video gesagt, ja, ihr habt doch alle ja gar keinen Spaß daran. Ich habe mit vielen geredet, die müssen das nur für die Klicks und so machen. Wie gesagt, er hat ja nicht mal mit den Leuten geredet. Und mit allen Meinungsbloggern, mit denen ich Kontakt habe. Ich wusste gar nicht, was das auslöst. Ja, das löst hier einen Soundalert aus. Wir haben auch Spaß an dem Content. Also ich finde gerade, ich würde schon sagen, dass man merkt, ob Leute Bock darauf haben, das, was sie machen, oder ob die keine Lust darauf haben. Beispielsweise, keine Ahnung, wenn man halt wenig motiviert ist, dann wirst du auch wenig Kreativität reinstecken. So, dann machst du vielleicht auch weniger Videos, oder? Ja, Motivation ist sehr, sehr wichtig. Also wenn dir die Videos gar keinen Spaß mehr machen würden, würde ich mich nicht, um so ein Video zu schneiden, was so 13, 10 bis 13 Minuten geht, braucht man schon so 5 Stunden. Meistens bis in die Nacht rein, am letzten Abend noch. Also gestern war ich bis 4 Uhr wach, bis ich mein Video hochgeladen hatte. Und Thumbnail dauert auch immer nochmal eine Weile. Das würde ich nicht machen, wenn das der Content wäre, der mir überhaupt keinen Spaß macht. Du machst halt sehr banale Videos irgendwie, die super austauschbar sind irgendwie. Dein eigener Charakter geht halt weg. Oder man, keine Ahnung, macht weniger Streams oder so. Ich streame jetzt auch gerade nicht so oft. Aber es hat andere Gründe. Ich habe schon noch Bock auf jeden Fall. Und ich glaube, weil er so sein Content geändert hat, erratet er das jetzt anscheinend auch von allen anderen so. Ich verstehe das halt nicht. Gutes Video von Hugo, wann gibt es Talk zwischen euch? Ey, ich bin jederzeit bereit. Wir können das gerne auf jeden Fall mal machen. Ich habe ihm auch Twitter schon gesagt, dass ich da Bock drauf habe. Klar, warum nicht? Können wir gerne machen. Ja, gutes Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann habe ich auch schon privat Kontakt mit ihm. Ja, gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Ey, das hat ja ein paar Dislikes bekommen. Okay, krass. Talk mit KuchenTV ist so halbwegs, so halbwegs haben wir bereits jetzt eine Zeit ausgemacht. Sieht so aus, als wäre es quasi übernächste Woche. Ich weiß noch nicht wann genau, aber wir machen es auf jeden Fall. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Danke für den Follow. Und schaut unbedingt bei dem Video von KuchenTV vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und Twitch ist hier oben verlinkt. Das ist ein Abo auf dem Zweitkanada. Wir sehen uns.